Liebe Leute, das dynamische Duo Haze und Morpho sind unterwegs. Letzte Folge haben wir mit der mutmaßlich ältesten Frau der Welt gesprochen, die im Orbit sitzt und alle 100 Jahre aufgeweckt wird. Und jetzt kommt Pony, was Pony da mitteilen kann. Heyo, Junge! Du bist meine Nacht in Shining Harbor? Komm in! Die Enkelin ist mal die Nichte, glaube ich, von Control. Faden verboten, alles klar. Wohin darf es kennen. Ich meine, für sicher heißer Mann. Lieb das grönen Haar. Realer Silberfokse-Videe, du hast da drin. Ich mag deine Kitarre. Jeder macht es. Ich habe kaum ein Minis-Pieße auf der Straße bekommen, ohne einen Schleckdruck zu sagen, dass er meine Kitarre mag. Wohin, wohin? Und fragt mich, dass ich ihn zurückgekommen und seine Flute spielen kann. Ich habe keine Kitarre mag. Ich meine, so bist du Jane's niece? Ich bin sicher. Du kannst mich als Polly aus den Diefsliczen kreieren. Oder wie Polly Genocide aus den Spitt'n-Swallows. Ich bin nicht wirklich auf meine Kitarre-Bands. Komm, ich muss schnell auf die Giga gehen 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 gehen, Silver Fox. Dann geht meine Richtung an. Oh, danke. Okay, ich finde sie ein bisschen nervig. Äh, gucken wir mal. Hey, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen gemacht bei mir. 3200W ist ein Stück. Hey, ich weiß sie. Der Perkussionist hat mich für meine Kitarre-Bandschein. Baut mir ein Bier später, cooler Typ. Mhm. Diese Hover ist fucking gross, by the way. Was ist dein Problem, Silver Fox? Was ist mit all den Boxen? Was ist das, wie du Roboter-Friend? Und warum kannst du nicht aufhörst, Airfreshener? Du bist willkommen zu gehen. Ich bin nur aufhörst, ja? Wir können einen Smokern machen und machen die Airfreshener besser. Oder ein Masterfreshener, zumindest. Bist du mich? Also, wie ich gesagt habe, was ist dein Problem, Pops? Smooth. My deal? Can't you guess from the packages? I drive deliveries. Or I used to. If you deliver packages, why do you still have so many? I didn't say I was good at it. Ha! I like you. My daddy's your age. No way he smokes with me. I'm probably not gonna fuck you. That chill? Just the smoke is fine for me, thanks. So the robot? I am Cadet Morpho. Cadets? A fucking Sekko in your Hover, for honest? What in core are you doing, Fox? This fucking robot is one of them. Not yet. Not till tomorrow. He's still in training. He'll be one of them soon enough. Yo, Sekko. Fuck you and your whole system. You hear? Your cancer. Yeah, jetzt bin ich gespannt auf die Antwort vom Cadet. Übrigens ist Cam ist nicht auch noch hinten bei uns im Hover drin und wird eigentlich aufgeladen. Hoffentlich. Hey, Morpho's alright. I mean, kinda. He grows on you. Aye, aye. Like I said, cancer grows on you too. Never mind him. Give me another drag of that. Wait. Minor adjustment to the plan. We're going to the Sinwave now. Change your venue. Why are we changing direction? Kim Baku Club says we trashed a joint too bad last time. We're going to go to a proper underground place now. It doesn't even have a name. Hey, Pop. How's the smell? Kurz abgremsen. It's... It's really good. Where did you get it? Ali's singer. Sala Grex. She grows it with these big fucking UV lamps. Makes the plants, things you see in the sun. Then they grow big and the kims in them. This smoke is highly questionable. You should try smoking sometime, Seko. You can't really appreciate the rhythms of the city's music without manually adjusting your consciousness. Adjusting? I am smoking. It is because my internal circuitry has failed. And I do not want to appreciate the rhythms of the city. We all move to our own big second. Even if yours is some freshest... It's not better. It's not better. I thought at the end I'm going to be impressed with some crazy moves or something. I provoziere then eher the crash. We'll just forget it. That's nothing more. What's your beat, Polly? Being into heavy vocal, an ethereal lo-fi witch-hop recently. I haven't heard of those. In fact, I barely understand what you're talking about half the time. But I like the smoke. Hase likes everyone who gives him narcotics. Nah, I pretend to. But Polly here? She's all right. For real. You're all right, too, Fox. I think. Hang on. Getting a message. Your band looking for you? Father fucker? No, they just... They just kept me out of the band. Replaced me with Lucy Lovelace. That vanilla arse. Prudy. Frozen-faced bitch. She can't even play keytar. Place a fucking viola. No one likes viola. Wo ist Jenny? Take me to the Double Up Club instead. Das muss ich Jenny zeigen. This is very aggravating. Will we keep changing destinations all night? Chill out, seco. Damn. If it would cool your circuits, I'd try you my tits. But you don't care about that, do you? No. I don't think she's taking advantage of anyone. Of course you don't. I've known a million guys like Hayes. Old men love to hang out with young, hot women like me. It strikes their ego. They think they've got a chance now because they have money and a hover and a shitty apartment. All the things they didn't have when they were 19 and they still think that all that stuff is like a cheat code to get what they want from girls. All the barriers to dating a girl like me are gone now, but the problem is, they're still boys. The posters on the bedroom walls are replaced with cheap art prints of album covers and instruments. Also Jenny spielt ja Bratsche. Das ist also ein bisschen der Gag eigentlich unterstreichern, dass man sagt Bratsche. Wofür? Das muss ich unbedingt zeigen. Er hat kein Geld und dieser hover ist semi-stolent. Ich kann nicht glauben, dass er noch single ist. Wer sagt, ich bin single? Ich weiß nicht, nur jede einzelne Sache über dich. Ist das, warum du aus der Band gebrochen hast? Ich schicke gleich mal das Münchner davon. Ich schicke gleich mal das Münchner davon. No, 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 komm. So, ganz kurz mal wofür das Geld wirklich parken? Oh, da kommen wir da drüben. Ich weiß nicht, du hast mich da verraten, aber keine Hards, glaube ich. Wirklich? Vielleicht. Ich denke mir das, okay? Na, warum nicht du einfach auf die Szene und warten und sehen, ob ich aufstehen? Tschüss! So, sie verraten dich nachher? Sie sicher haben. Sie sagten, es war nur ein Verständnis. Ich erzähle dir was, Pops. Warum nicht du, erzähle mir, was ich tun? Was? Ich werde mal auf mein eigen oder? Ich stehe mit der Bands? Du bist cool, du bist alt und wiser. Du wählst. Er ist alt. Ich denke, du sollst zurück zu deinen Bandschern. Der Loyalte ist wichtig. Was denkst du, Cenk? Gehe, Freelone Wolf, und touch Elysium! Right. Du willst mich wirklich wählen, Polly? Ja bitte, Daddy. Ich habe sie jetzt hauptsächlich hier einfach abgesetzt und ich dachte, komm, ich fahre jetzt nicht nochmal zurück. Ich denke, die B**** Lucy Lovelace verwendet ist wert, mit dem alten Band zu zurück zu kommen. Pettige Revenge. Das einzige, das wirklich jemanden motiviert. Das. Und zu schlafen. Und das Essen. Der Grund der Grund der Grund mit den Grund der Grund der Grund der Grund. Na, wünsche mir mir Glück. Vielleicht sehen wir dich wieder, Fox. Ich hoffe, dass du neue Single auf die Videobeschreibst. Wenn du so, das bedeutet, dass wir auszuladen sind. Kein Problem mit auszuladen, wenn du was du willst. Nur sicher, dass du es auszuladen hast. Okay, Dad. See you after school. Bye, Polly. So, ich wollte hier einfach nur die Geschichte abgünschen. Ich fahre hier nicht tausendmal hin und her. Wer bin ich denn, Kurierfahrer? So, aber wohin jetzt? Ich glaube, jetzt ist Zeit für, wie hieß er, den, den Sledgeface? Ne. Ich habe noch ein anderes Paket für euch, Thirteen. Was ist so schwer über diesen? Es ist für die blaue, schweige Jazzbar. Das klingt nicht so schwer. Sie sind überraschend zu verlieren. Du musst das Paket für sie, bevor die Sek-Bus den Platz zu holen. Verdammt, auf mein Weg. Und wir machen hier aber auch richtig Aufträge weg, würde ich sagen. Aber wir warten natürlich, dass das hier in Huxleys Schip entziffert wird. Oh, schon. Ist das, was sie gesagt hat? Ich dachte, sie hat mir gesagt, sie hat den Tag gesagt. Ich habe keine Angst, das ist was du hörst. Sie hat gesagt, dass du mehr zu tun mit deinem Leben zu tun hast. Nachdem du deine Schulden und in Korps-Sech-Präsen hast, du musst versuchen, zu erreichen, was sinnvoll ist. Korps-Sech-Präsen? Du weißt, dass du nicht rauskriegst. Sie machen dich nur ein Wage-Slave, bis du stirbst. Korps-Sech-Präsen wird für dich produktive Arbeit für dich, wenn ich dich arreste. Ja, ja. Was für dich, Morpho? Was ist dein Ziel? Korps-Sech. Bist du sicher, dass du die richtige Wahl hast? Ich habe nichts anderes Leben gesehen, das mir anzunehmen. Ich hoffe, dass du einen am Morgen findest. Scheint der Hoffnung zu bestehen, dass sie es sich aussuchen können. So, was? Das ist eine Musikanische Folge, gefällt mir. Oh, was geht alles? Ich würde gerne nochmal mit der Weltraum-Lady. Ich habe einen Räumen auf der Linie. Ich werde ihn durch. Hey, ich habe diese Messie gekriegt. Du bereitst, um das zu bekommen? Du bereitst, um das zu bekommen? Greg, ich habe einen Level mit dir. Als ich die Tattoo auf deinen Teufel gesehen habe, hatte ich ziemlich sicher, dass du mich ausfassest, und mich nicht wiederholst. Du willst das oder nicht? Natürlich. Es ist eine Reihe von Namen. Altus Atrius. Zutodore. Old Zeek. Sascha Kozon. Sarinam. Mati Arti. Rubrik. Mr. A. Eine große Reihe von Namen? Kannst du das in einen Datenfilen? Ich kann es auf unsere Display, aber die Info ist markiert als Volatil. Es sollte nicht auf die Digitalen Stärkung, oder Korpssäck wird es tracken. Klar, es auf meine Display. Ich habe eine Fotografische Geschichte. Wirklich? Ich bin sicher, dass er keine Fotografische Erinnerung hat. Auf deinem Bild jetzt. Du hast immer noch diesen coolen Teil mit dir. Ich weiß nicht, wer du meinst. Nein. So jetzt. Packen. Jetzt bin ich gespannt. Wann? Einfach mal das bei geht abzuliefern. Interessant. Wann können wir denn nicht gehen? Was geblockte das? Ja. Dann gehen wir mal mit Molly. Äh. Unter dem Schirm? Nein. Wo ist denn so sein? Nein. Was können Sie mir vorstellen? Ich habe gesagt, wo es jemanden wie du in einem Ort bist? Es ist zu einem schönen Ort. Wann sch おsteh? Es ist zu einem Mann wie du in einem Ort bist. Ha! Ein paar, aber nicht so wie du denkst. Hayes, wo hast du den Bot? Er ist frischer als die Vents. Er wird mich in der Morgen arrestieren. Gut. Also, du bekommst eine letzte Drink in der Tübe, bevor es aufhört wird? Ich habe es versucht, schnell zu gehen. Jetzt bin ich in der Mitte. Zumindest bin ich hier mit einem fremdlichen Gesicht. Was? Korpssäck wird in der Minute. Letztes Geräusche. Ich werde das Ort nicht öffnen. Was, wenn die Band es einfach mit der Jazz verbringte? Hast du versucht, zu sprechen zu diesen alten Timern? Oh, sie sind weniger flexibel als du und ein Hocktie. Molly! Entschuldigung, dass du dich in front von deinem neuen Freund, Hayes. Ich sage dir was, ich liebe das Ort. Wenn du einen Weg findest, um es öffnen zu halten, dann werde ich nicht sagen, was auf deinem Bein. Ich werde sogar sagen, was auf deinem Bein. Entschuldigung? Vielleicht kaufe ich mir einen Drink, erst? Keine Lust, Junge. Keine Freiby, von welchem Art. Okay, ich gehe mit ihnen reden. Wie können wir die Bar öffnen? Molly scheint, dass wir ihn schützen können. Die Roboter hier sind sehr stubbern. Lass es mir einfach, Dorco. Ich werde den Charme aufhören. 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 Hey, also du spielst... Viola. Sind alle die Fröhre über Violas wahr? Ja. Welche Fröhre? Was ist die Unterschiede zwischen Viola und Vacuum Cleaner? Du musst du eine Vacuum Cleaner rein, bevor du sie schützt. Also du hast die Fröhre gehört. Ja, das ist eine gute Sache. Okay. Was ist das, Mr. Saxophon? So, der Saxophon, hm? Ich kann den Saxophon spielen. Nicht dieser. Dieser ist meine. Okay, buddy. Ich versuchte einfach einen Weg, dass wir diesen Ort öffnen können. Ich... Ich sollte wirklich nicht mit dir sprechen. Ich muss die Spit-Valve ändern, bevor wir wieder spielen können. Du musst die Spit-Valve ändern, aber du... Was? Okay... Okay... Oh... Nee, ich kann dich mit dem hier... Doch... mit dem hier... Oh... Gerade war es ein Eck... So, ich habe diese Idee, wie ihr euch könnt ihr euch in diesem Ort helfen können. Es ist deine Idee, dass wir einfach zu spielen, Jazz? Simple, aber effektiv. Du hast eine Lose Grip auf die Situation, mein Freund. Wir müssen immer spielen. Es ist in unserem Kontrakt. Und wenn wir das verletzieren, werden wir decommissioniert. Juste spielen etwas, das nicht Jazz. Wie? Ich weiß nicht, ich bin kein Experte. Nur spielen weniger Jazz. Nein. Ich habe keine Ahnung, was du sprachst. So, die sind schon sehr Jazzig besetzt hier. Vielleicht so ein bisschen... Na gut, die Blechbläser müssen wir nicht... Also, okay, schlags... Ich wollte hier gerade so einen Bluegrass-Ansatz vorschlagen, aber ich habe es vergessen. Hey, ich und mein Freund Dorko versuchen, einen Weg zu euch zu retten. Ich liebe euch alle Leute. Schraube-Dee-Bee-Doo, rup-Bab-Bee-Dee-Dee-Doo. Are you... Schraube-Dee-Dee-Dee-Dee? Ja... Du solltest Jank treffen. Eine Konversation zwischen ihr beiden wäre sehr sinnvoll. Ich denke, das ist das sassieste, was du schon gesagt hast, Morpho. Scoop-up-up-pong-hip-hop-hoo-biddy-hoo-ah. Gut, besser diesen Mann zu seinen kubli-bubli-Keyboards. Okay, ich weiß ja nicht genau, wo das hier hinführt. Ist das Schnackzeug? Was sind sie dazu? So, du denkst du, du kannst du etwas poppy spielen? Ich meine, ein bisschen 4-4, ohne all die, you know, swing? Kein Dice, Skip. Ich muss die Beats in meinem Kopf bleiben. Du musst es fühlen, du weißt? Wenn du es nicht fühlen, du bist wirklich nicht zu spielen. Du bist einfach zu machen. Kannst du einfach zu machen für einen Moment, bis das Korps-Sekt-Business geht? Nein, Siree. Nicht mehr als du, kannst du zu spüren. Ich kann meine Briefe für einen Moment halten, vielleicht zwei. Gut für dich, Skip. Ich kann die Beats zurückhalten. Das sind halt Musiker durch und durch. So, und jetzt hier nochmal die Challenge für den Bass spielen, ne? Da. Oh, du bist ein Musiker? Ich kann eine Band setzen, keine Probleme. Probable lies detectiert. Ich singe und spiele Bass, aber ehrlich gesagt, mein Herz ist nicht in das. Ich möchte einfach... Ja? Geh, du kannst mir sagen, Junge. Ich möchte einfach tanzen. Das ist das, was ich mache. Ich liebe Bass. Es ist nur die Gitarre für die Leute, die nicht interessiert. Ich liebe die Attention. Ich möchte mich auf meine Body. Oh, das ist nicht schlecht. Lege deinen Traum, Junge. Du solltest tanzen. Zu Jazz? Zu was auch. Und ich nehme die Vokal. Glaubst mich, Mann. Ich kann Hype bauen. Ich habe eine Reihe von Pipen. Ich lasse mich nicht auf der Bench. Du solltest definitiv ihn auf der Bench lassen. Okay. Okay. Also, Hayes. Hier der neue Front. Frontsinger. Oh, Morphos noch hier oben. Okay. Das ist nicht möglich. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht in einer Band wäre, wie ich weiß. Ich habe die Schwäger, die Sprache, die Talent, die Physik. Physik? Ich habe dich weiß, dass ich dich auswählen habe. Ich sehe viele Leadsinger mit ... ... Pottbellen. Es sind ja nicht. Ich lege mich. Oh, ich finde deine Pott ist gewöhnbar, aber ... Musik ist eine Industrie, die auf Image. Das ist ein Kind im Moment. Was komponentes machen, Jazz? Ich werde diese Informationen auf den Netz schauen. Ist dein Freund okay? Er scheint zu haben... Ich entschuldige für den Verlust. Ich war für die Definition von Jazz. Und die Opinions vary. Das klingt wie ein Verbrauch von Zeit. Negativ. Als Jazz ist composed von Charakteristik, Rhythmischen Pattern, Harmonik, die mit, aber nicht unbedingt identisch. Die Harmonien funktionieren und die Ausstellung von Improvised Elementen. Wir können die Ausstellung so dass es nicht mehr als Jazz qualifte. Wie? Ich glaube, dass zumindest drei Musikerinnen müssen spielen, um die Musik zu weitergehen. Wenn du, die die Ausstellung der Ausstellung mindestens Jazz-elemente aus der Musikspolitik, vielleicht wenn Korpsek das hört, sie wiederkonstruieren ihre Begründungen. Ich denke, er ist zu etwas, Hayes. Wenn du nur drei von ihnen spielen kannst, vielleicht können wir eine Art von Musik, die nicht wirklich qualifizieren können. Korpsek könnte es hören und denken, dass sie ein Fehler gemacht haben. Aber wer sollte es spielen? Du bist der Musiker. Es geht einfach mit den drei Robots, dass wir die möglichst jazzy Musik zusammenbinden. Und die Bassist, damit ich als die Singere kann. Du bist ruhig. Ich bin einfach nicht geholfen, Hayes. Okay? Okay. Jetzt ist es Zeit, zu wählen. Spiege mit den drei Musikern, die du denkst, die Musik wie Jazz zusammenbinden. Wenn Korpsek etwas nicht gehört, dann können wir vielleicht ein Disaster evtl. Okay. Die Frage ist, kann man hier, kann man diese Mission failen oder nicht? Wir gehen es mir ernsthaft an. Am wenigsten jazzig. Gut, das Saxophon ist super jazzig für mich. Ich sehe die Bratsch tatsächlich, nicht unbedingt als ein jazziges Instrument. Hey, listen. We want just a few of you to play, okay? You need a viola solo? Oh, yeah. No, God, no. No, 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 no. Now let's just have you and two more playing. Hey, what do you call someone who hangs around with musicians? A viola player. Of course. Ha, 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 ha. Das wird immer besser. Okay, wir können ja vielleicht machen wir was klassisches. Vielleicht dann ein Keyboarder. Das geht ja fast als Pianist durch hier. Hey, Scatbot. Want to play something new? With just a couple of your bandmates? Ja, doch. Und weil ich es geil finde... Ich meine, das Schlagzeug ist auch... Komm, wir ballern das Schlagzeug noch mit. Aha, der war ja ziemlich jazzig. Ich bin gespannt. Ah, jetzt möchte ich ja meine Kreation dann auch hören, oder? Ich weiß dann nicht, ob das... Ob sie das reingepackt haben und es gehen. Schon mal. Molly. Ja ha. Ja ha. Ja ha. Bring it. Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt neig. Ich bin echt neig. Wollt ich mich? Ja. Wollt ich mich? Ich bin echt neig. Ich bin echt neig. Ich höre die Bratsche nicht. Nicht sicher, ob das... Nein, er ist nicht mehr in Jesse. Das geht schon klar. Es gibt ja diese eine großartige Szene. Das ist ein ganz schlechter Vergleich. Das ist in Red Dead Redemption 2. Ohne Spoilern. Ich, ich keine Spoilern. Und wir kommen ja später in eine größere Stadt, bewegt sich auf einer Party. Und auf dieser Party gibt es ein Streikquartett. Und die spielen, glaube ich, Schubert. Ich glaube, der Tod und das Mädchen. Nicht wahr. Und die haben sie halt komplett gecaptured. Und du siehst sie halt wirklich passend zu jedem Ton spielen. Was ich spielen müssen. Okay. Das ist ein Begegnung. Das ist ein Begegnung. Das Verzweigende. Die Verzweigende. Die Verzweigende. Die Anzeige. Und die Prozesse. Sieh mal dein Tag. Entfer und Entfernung in der Klub ist, wieder zu verabschieden. Hey, ich habe es geschafft. Ich habe die Bar. Nicht wahr. Das ist ein Legend. Aber diese Roboter werden wieder spielen. Sie haben nur die Verzweigeren. Sie haben nur die Verzweigeren. Das ist die beste Nacht meiner Leben. Lass uns alle trinken, und fangen in die Stadt und fangen in die Tattoo. Was müssen wir die Song sagen? Ich dachte mir, wie ... Zeit zu verlassen. Das ist nicht gut. Wir brauchen etwas kassier. Dein Freund ist richtig. Sie müssen hier raus raus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich fühle mich so alive, so buzzed. Ich gehe. Du kannst bleiben, wenn du möchtest. Ich will nicht hier sein, wenn jeder verabschiedet wird. Okay. Was ein Buzzkill. Willst du kommen, Molly? Es wäre lustig, heute Abend eine Firma zu haben. Wenn du meine Firma zu haben willst, dann wirst du, wie viel es kostet. Hm. See you around, Haze. Das war doch eine nette, nette Geschichte. Das war ein Ratsch. Ich habe eine Neu-Found-Appreciation für Silence. Wir müssen zurückkommen, wir haben das Liste der Namen für den Huxley-Job. Aber ich weiß nicht was zu tun. Wir sollten ihn spielen. Wir müssen seine Message spielen. Mehr Annoying-Noise. Ich dachte, du liefst den Detektivisten klug. Ich bin sicher, ich wäre ein besserer Detektiv. Er ist nicht respectable. Ah, du wirst mich nicht, Corbott. Du bist in dieses Mystery-Stuff. Wir hören uns die Message. Wenn die Dame so weit ist, sie hätte bereits überlebt, Switchblade Gregg. Und jetzt hat sie die Namen für alle lebendige Mitglieder der Chorus. Das Liste war ein Billion-Linne-Linne-Lotterie-Win und eine Ancient-Curse, alles in eine. Das Liste wird nicht falsch gemacht. Nein, nicht nein! Ich war ein Roboter mit mehr als ein paar screws loose, aber die Wahrheit ist, ich wusste alles über die A.I. die sie zu sprechen. Es war Kora, und sie war nicht die einzige, die ihn suchen. Korra? Wie, THE Korra? Unsere Freund Huxley wirklich hat ihn verloren. Okay. Okay. Der Weg nach der Korps-Sech ist gefährlich. Vielleicht für dich. Korps-Sech möchte mich tot, nicht wahr? Ich möchte dich tot, nicht wahr? Morpho, wenn du mit der Korps-Sech gehst, du gehst alle ihre Aktionen und sie selbst. Was sie denken, ist was du denken. Du musst wählen einen Seite, ich oder sie. Es ist klar, dass ich sie wähle, aber ich werde mich überrascht, wenn du tot bist. Oh. Ich bin zufrieden. Jetzt, wir gehen uns mit Korra zu treffen. Vielleicht kann sie uns sagen, wie ich diese Liste der Namen in wie... ...ein Billion Limb. Also, zurück Richtung Hop-Story. Ich versuche uns hier noch in eine Position zu bringen, wo wir die Story gut und rund abschließen können. Eigentlich nicht mitten im Dialog. Was würdest du sogar mit einem Billion Limb? Spend es alles an Drugs? Na, im kurzen Zeitpunkt würde es die Leute, die mich versuchen, zu töten. Es würde mich auch aus Korps-Sech-Debt entfernen. Ich würde dir sogar ein paar Mille geben, um deinen dummen Traum zu verlassen. Ich würde suche einen Offer anbauen. Klar, wir sehen. Das ist natürlich praktisch, so eine Liste mit sämtlichen Chorus-Leuten. Warte mal. Wo geht's denn jetzt hier rein? Hier? Ist das hier richtig? Das ist ein Null-Tor. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, das ist ja wohl ein guter Punkt, wo wir uns nächste Folge wieder treffen. Merkt euch, wir sind am Null-Tor, ja? Ich möchte euch hier pünktlich wiedersehen. Ich warte nicht auf euch. Macht's gut. Legt euch noch eine schöne jessige Platte auf. Ciao.